ja ich habe kein eigentor das war ein Tor oh, da habe ich ihn noch gut gehabt ja, aber wirklich Wie, der schießt aber gut, 1 Minute ist rum. Ah! Hallo, Himmeli. Oh, direkt auf den Tor. So schnell. Die Entscheidung herbeiführen. Wir müssen, auf jeden Fall ist 1-1 reicht nicht. Ach so, dann gibt es Verlängerung. Ja! Das ist noch nicht vollständig drin. Jetzt wollen wir nicht komisch werden. Du kannst noch 10 Sekunden. Kannst du noch ein Tor schießen. Ach so, das ist K.O. Herr Ohren. Okay, der Schiri gibt ein paar Sekunden drauf, wenn er seine Tore... Ah! So, Ende. ... ... ... ... ... ... ...